Und zwar könnte ich ja meinen RP Ordner releasen, natürlich nur wenn ihr wollt, also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich den RP Ordner releasen sollte oder nicht. Hallo Leute, willkommen zu einer Runde QSK auf dem Map Avesta und Leute, ich hätte ein kleines Thema anzusprechen. Oder wie gesagt, eher was für so ein Special, weil ich mir vielleicht überlegt habe, dass ich ein 3500-Runden-Special machen könnte. Und zwar könnte ich ja meinen RP Ordner releasen, natürlich nur wenn ihr wollt, also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich den RP Ordner releasen sollte oder nicht. Sind mir ganz gute Packs drin, vielleicht interessiert es ein paar von euch, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und ja. Und die Runde geht eigentlich ganz gut, drei, vier Kills haben wir schon, drei Spiele eben noch. Ich häng vielleicht noch eine zweite dran, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, warum meine In-Games nach uns gerade ein bisschen komisch sind. Die hören sich gerade ein bisschen so nach Bass an, ich weiß nicht warum. So, dann haben wir auch. So, jetzt gehen wir ein bisschen weg. Oder wir könnten eigentlich holen. Ich spiele beide mit der neuen ÖV. Also ich spiele gerade mit einer ÖV von 95. Da habe ich mir einfach gedacht, ja, irgendwie ist das Beste zu spielen und so. Dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns gleich in der zweiten Runde. So, Leute, wir sind in der zweiten Runde auf der Map Nuketown. Hier haben wir, glaube ich, in der letzten, oder im letzten Video auch schon gespielt, aber das ist jetzt egal. Denn die Map ist eh immer geil. Okay, und Stuff ist nicht so geil. Okay, da kommt schon ein richtig guter Gehübter. Okay, wir haben ein Schwert, ein richtiges. Oh, dann haben wir schon gefickt, jawohl. Ich will mir kurz das Steinschett da raus zur Kiste. Wo war das da? Okay. Oder hinter uns ist mir noch mit dir, Hanisch. Ich gebe mal lieber rein und clean da jetzt. Okay, nice. Jetzt haben wir guten Stuff. So, dann könnt ihr auch bekommen. Jawohl. Mein Internet lag auch jetzt einmal mal nicht. Ich habe auch einen Ping von 28 Grad, ist ganz okay. Mit dem kann ich leben. Ich spiele auch gerade nicht mehr so aktiv QSG wie von der Woche oder so. Ich probiere jetzt einfach nur mal irgendwie Platz 1 zu werden, was vielleicht möglich ist, wenn ich so weiterspiele. So, dann ist auch schon ein Deathmatch. Leben noch zwei Leute. So, ich würde eigentlich gerne beide töten, weil dann hätten wir eine 7 Kills runter. Das wäre ganz nice. Nur, der geht ein bisschen auf Bogen. Aber das dürfte kein Problem sein. Und der ist auch kein Problem, jawohl. So, den können wir auch bekommen. Okay, der gibt mir noch eine Kombo. Aber wir haben ihn trotzdem bekommen, Leute. Und dann würde ich sagen, Leute, lasst eine Positätung da, wenn euch das Video gefallen hat. Mal schauen, wann das nächste Video kommt oder so. Ich glaube, in drei Tagen oder so. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.